Und da ist das Airbnb dort oben, ohne ich. Untertitelung. BR 2018 Hier ist die Eingangstür. Hier ist eine Küche mit Backofen, Tellertassen, alles da, Kühlschrank. Dann geht es hier ins Bad mit Dusche. Hier ist nochmal so eine kleine Waschecke, die werde ich wahrscheinlich auch nutzen. Und hier ist das Schlafzimmer. Eigentlich fühle ich mich alleine viel zu groß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann geht es. Hier ist die Eingangstür.